hallo zusammen grüßt euch hier ist der gabor und aktuell arbeite ich mit calvin wieder zusammen an einer psd-datei das heißt ja wir wechseln uns gerade wieder schön ab und ja das war bisher so das step von calvin und er hat mich darum gebeten mal hier folgende sachen zu korrigieren unter anderem hier diese laterne die er hier nur grob einmontiert hat und ja er hat mich darum gebeten dass ich hier etwas mehr realismus reinbringe ja wie ihr seht es ist schon ein recht aufwendigeres bild es ist gerade noch wirklich voll in der arbeit das entsteht gerade also wenn ich das mal hier aufmacht da sind unmengen an verschiedene ebenen ja und ich klicke mal direkt hier rein wir haben hier nämlich zwei lampen zwei laternen und ja wenn es so erkennt schon mal aus der ansicht ein bisschen zurück hier die rechte laterne ist calvin seine und die linke hier ist meine was habe ich gemacht damit diese linke laterne in relativ kurzen schritten mehr realistisch aussieht als diese rechte hier ich suche mal ein kleines bisschen rein damit wir uns hier diese materialoberfläche mal anschauen können und das ist jetzt hier lampe links das öffne ich mal und wir haben jetzt hier diese laterne aus zwei teilen bestehen und das ist hier die stange die stange ist eigentlich exakt so wie die rechte nur mit dem feinen unterschied dass ich hier ebenen stil angewendet habe ich habe exakt die vorhandenen pixeln übernommen und einfach ein paar ebenen stüle drüber gehauen um mir relativ schnell ein realismus zu schaffen damit es hier mit dieser laterne besser zusammenpasst wie ich das gemacht habe das ist eigentlich sehr einfach man geht hier mit einem doppelklick in die ebenen stile rein und wie ich hier direkt angefangen habe das war folgendermaßen ich habe angefangen mit einer verlauf überlagerung und das hat so ausgesehen dass ich hier farben mir zusammen kombiniert habe ich bin hier in den verlauf reingegangen und habe hier farben aufgepickt die hier in der oberen lampe schon vorhanden waren um so einen gewissen glanz zu bekommen wenn ihr seht hier rechts außen da habe ich ja diesen dunklen ton und in der mitte diesen hellen wenn ich den jetzt hier verschiebe dann verändert sich das auch hier in meinem bild und das ist was ich hier vorgenommen habe ich habe einfach vorhandene farben mir aufgepickt um mir einen gewissen verlauf zu schaffen ja das problem war so ist es sehr sehr steril es sieht noch sehr glatt aus sehr unrealistisch habe ich gedacht in den ebenen stilen gibt es doch so muster überlagerung und die habe ich mir mal angeschaut und ja da sind sie auch ich habe dann einfach hier mal so ein muster aufgepackt was mir jetzt gefallen hat ich weiß jetzt nicht wie das heißt vielleicht ist es stein müssen wir einfach probieren da gibt es viele verschiedene habe dann regelrecht hier die skalierung bisschen hochgezogen bis es so passt ja aber dann habe ich gedacht wie kriege ich jetzt meinen verlauf auf diese textur dann bin ich auf verlaufs überlagerung gegangen habe das aktiviert dann ja es ist überblendet ja das geile ist es gibt füllmethoden und wenn ich jetzt hier meinen verlauf auf einer film methode multiplizieren verändere dann verrechnet sich das mit der runterliegenden ebene das ist schon mal sehr sehr geil also dieses ergebnis wie es jetzt hier zu sehen ist ist eigentlich schon eigentlich cool also ich finde schon mal fett was mich nur stört ist dadurch dass ich jetzt meine verlaufsebene mit der muster überlagerung verrechne ja verliert es etwas an an farben es ist nicht mehr es sind nicht mehr original die farben es ist nicht mehr so gesättigt deswegen habe ich gedacht oben drüber ist doch eine farb überlagerung die nehme ich einfach mal habe hier ich setze zeig das mal ganz normal wenn es erfüllen methode normal ist einfach ein blau genommen dieses blau habe ich mir mal hier so aufgepickt und dunkel habe das ein bisschen aufgehellt und habe das auf die füllmethode weiches licht gesetzt und dann einfach hier regelrecht die deckkraft reduziert um ungefähr diesen farbton hinzubekommen wie oben in der laterne ist den könnte ich jetzt noch wesentlich besser anpassen aber wie ihr seht habe ich hier mit wenigen steps wenigen schritten eine recht realistische plastische oberfläche geschaffen und die könnte man hier weiter für das composing verwenden ja und wenn euch die ebenen stile nicht gefallen könnt ihr jederzeit hier deaktivieren ich hoffe es hat euch gefallen hier einen kurzen einblick zu bekommen in unsere psd und ja in unserem workflow und besonders hier in diesen ebenen stilen effekt den ich euch gerade gezeigt habe